Ich bin Lydia Hilberer, ich bin Journalistin und Texterin und arbeite seit sieben Jahren freiberuflich und seit anderthalb Jahren eigentlich nur noch für ein Projekt, auch schließlich, das ist Lob, steht jetzt nicht für leistungsorientierte Bezahlung, sondern Lob wirklich im Sinne von Loben, also positiv, Menschen darin bestärken, die Beruf und Familie vereinbaren, die eigentlich zwei Jobs haben, einen zu Hause und einen im Unternehmen und unterstützen die darin, ihre Mitarbeiter, denen die Vereinbarkeit zu erleichtern und das alles mit dem Mittel der Kommunikation, weil ich denke, die Zeit zeigt das so langsam, dass infrastrukturelle Rahmenbedingungen, das heißt auch Kita-Plätze zum Beispiel, einfach nicht ausreichen und an dem Punkt wirklich eine Veränderung zu bewirken. Wir haben angefangen mit einer Zeitschrift, die vierteljährlich erschien, ganz klassisch, ein Printprodukt. Mittlerweile arbeiten wir aber ausschließlich für Unternehmen, die sich familienbewusst aufstellen, weil das natürlich ein ganz großer Bestandteil unserer Arbeit für die Unternehmen ist. Wir informieren die Mitarbeiter über Aktuelles. Also mein Thema ist die Vereinbarkeit Beruf und Familie. Also mein Thema ist die Vereinbarkeit Beruf und Familie.